Oh, Moos Pizza schmeckt so lecker. Heute ist so ein schöner Tag. Wieder mal in Broke Heaven. Moment mal, wer ist das denn? Mein Affe. Dein Affe? Warte mal, der kommt mir ja bekannt vor. Bist du das nicht, Vitamine? Nein, ich bin ein Vitamine Baby, das sieht man doch. Ja, das sieht man, dass du ein Baby bist. Juhu, komm, lass uns spielen. Äh, ein Vitamine Baby? Moment mal, hey, wo sind denn deine Eltern? Äh, du bist doch mein Papa, oder nicht? Äh, Moment mal, ich bin dein Papa? Ja! Naja, eigentlich ja nicht, aber, ähm, vielleicht bin ich das ja mal heute. Aber, hey Freunde, ich bin Slami, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und Leute, abonniert auf jeden Fall erstmal diesen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr solche Videos nicht mehr verpasst. Und, Freunde, schreibt noch ein netzes Kommentar über mich oder Vitamine und dann kann ich euch auch gerne ein Herz geben. Und wenn ihr das alles getan habt, dann seid ihr auch auf jeden Fall in der Lami-Army. Aber, Vitamine, ähm, ich würde sagen, du als kleines Baby, du musst doch jetzt erstmal in den Kindergarten gehen. Lass uns spielen, Lami, komm schon. Ähm, alles klar, dann lass uns das einfach im Kindergarten machen, da wo du hingehörst. Du bist ab sofort mein neuer Papa. Ähm, okay, dann habe ich jetzt halt noch ein weiteres Baby. Dann habe ich Leo, Lea und Vitamine, oh Gott, oh Gott. Okay, Vitamine, dann lass uns einfach mal Funk spielen. Oh, nein, 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 ich muss wegrennen. Wo bist du denn? Du bist so klein, ich sehe dich nicht mal. Wie, ich habe mich versteckt. Oh Gott, oh Gott, Freunde, jetzt müssen wir... Oh, da bist du ja. Ich bekomme nicht Vitamine. Oh, nein, 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 nein. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Oh Gott, Vitamine. Nein, ich bekomme dich. Oh, wo bin ich selber? Ich weiß selber nicht, wo ich bin. Oh, da habe ich dich. Oh, Vitamine. So, jetzt musst du mich fangen, dann kommst du niemals. Oh, was? Ich kann doch nicht so hoch. Oh, oh, wenn ich hier runterfalle. Und, äh, ciao, Vitamine, du bekommst mich nicht. Oh, nee, nein, ich steigen, juhu. Warte mal, ich bin doch gar nicht der Fahrer. Oh Gott, oh Gott. Oh, warte mal, willst du jetzt wirklich fliegen? Nein. Ich kann nicht fliegen, Hilfe. Das wird niemals gut ausgehen. Oh, ich kann das Ding nicht fliegen. Wir brauchen Hilfe. Das wird einen Unfall geben. Als Lehrer ist das ziemlich langweilig Wo sind denn meine ganzen Schweren Ja, 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 was soll das denn Warum habe ich denn hier einfach nur 5 Minus bekommen Moment mal, eine 5 Minus Das heißt, du hast ja wirklich alles falsch gemacht Mann, ey, ich kann kein Englisch Wie oft denn noch I'm not speaking English Alles klar, aber dafür bist du doch hier, Vitamine Ein Englischunterricht Nein, okay, ich muss lernen Alles klar, dann fangen wir mal an Es sind 3 Wörter an der Tafel Und die musst du vom Deutschen ins Englische übersetzen Oh, nein, was, das ist so übel schwer Okay, das erste glaube ich heißt Äh, hello Äh, nein, das stimmt doch gar nicht Da steht trinken Oh, äh, äh, Basketball Basketball, oh Gott, oh Gott Ich glaube, Vitamine, wir müssen noch lange mit dir lernen Freunde, was meint ihr Wie heißen diese 3 Wörter auf Englisch? Ihr müsst es genau jetzt in die Kommentare schreiben Wir haben einmal trinken, dann fliegen Und dann als letztes abonnieren Komm schon, Vitamine, du schaffst das Äh, ich wollte es glaube ich abonnieren Subscribe, oder? Ganz genau Yeah Das was alle Zuschauer machen müssen Let's go, alle abonnieren Okay, Vitamine, dann würde ich sagen Trinken, das weißt du doch auch, oder? Ah, ich weiß nicht Äh, irgendwas mit Drink oder so? Ganz genau Oha Okay, dann hast du schon mal 2 Wörter richtig Jetzt fehlt nur noch das Wort fliegen Oh, das ist ganz easy Das heißt Buongiorno Buongiorno Ähm, dann lassen wir das einfach mal so stehen Vitamine Das war's mit dem Englischunterricht Jetzt kommen wir zum Sportunterricht Ah, ich dachte, die Schule wäre vorbei, Mensch Ach, Quatsch Wir haben erstmal Sportunterricht Freust du dich denn nicht? Oh, ja, auf Sport freue ich mich Okay, das ist cool Okay, dann würde ich sagen Du musst jetzt erstmal einen Korb werfen Ansonsten hast du niemals Schule aus Oh, okay, okay, okay Gucken Sie zu, Lehrer Achtung, seid alle gespannt und Äh, okay Das war wohl ein Schuss in den Ofen Äh, okay Das kann ich sein Yeah Das war auch kein Korb Moment mal, Vitamine Du bist ja total schlecht im Basketball Alter, was ist denn das, ey Warum bin ich so schlecht im Basketball? Oh, Gott, oh, Gott Freunde, seid ihr besser als Vitamine im Basketball? Oh, Mann Du triffst ja wirklich gar nichts Ich triff wirklich nichts, Herr Lehrer Ich glaube, ich muss Sport üben Oh, Mann Was bin ich denn für ein schlechter Basketballer? Herr Lehrer, Herr Lehrer Ich hab immer noch nicht getroffen Oh, Mann Ey, du bist wirklich so schlecht im Basketball, Vitamine Echt? Ich weiß nicht, Herr Lehrer Der Basketballkorb ist viel zu klein gebaut Oh, wir warten schon zwei Stunden Aber wir sind endlich getroffen Yeah, let's go Oh, ja Endlich ist der Unterricht vorbei Ich hab selber keine Lust mehr Ciao Und schon Warte mal Hey, das kippt doch nicht Sie können doch nicht einfach abhauen hier Oh, das macht so Spaß auf dem Quad Oh, Gott, oh, Gott Aber ich hab mich verabredet mit dem kleinen Vitamine Hey, Lamy Na, hast du schon Lust ins Arkadezentrum zu gehen? Aber na klar, lass uns spielen Alles klar Dann würde ich sagen Lass uns erstmal ein Motorrad-Rennen machen, okay? Oh, Mann Du wirst schon sehen Ich bin viel schneller als du Oh, das geht los Oh, Moment mal Oh, Gott, oh, Gott Hey, Vitamine Du brauchst gleich einen Unfall Oh, Alter Wie schnell ist das denn, ey? Oh, Gott, oh, Gott Ich werf doch sogar im Basketball Oh, hey Oh, Gott, oh, Gott Wir sind doch nicht bei Mario Kart Oh, das stimmt alles Oder eine Bananenschale noch hinter mir abwerfen So Nein Ich bin ausgeruht Okay, Vitamine Die Mission startet Wir beide müssen die Bank ausrauben Yeah Schau mal Ich bin ein Geist Oh, Gott, oh, Gott Hey, ich hab Angst im Dunkeln, Vitamine Ja, das wusste ich nicht Let's go Lass uns die Bank ausrauben Alles klar, Freunde Vitamine und ich werden heute die Bank ausrauben So, Tür auf Moment mal Oh, Gott, oh, Gott Ich bin zu dick für die Tür So Einmal durch Okay, Vitamine Wir haben rechts hier unser unauffälliges Auto Warte mal, das ist komplett auffällig Ähm, oh Naja, ein anderes Auto hatten wir nicht Aber wir werden heute stinkreich werden Weil wir werden gleich eine Million Euro aus dem Tresort klauen Alter, und dann kaufen wir uns unendlich viele Karotten Karotten? Moment mal Was willst du dir denn kaufen von dem Geld? Na, Karotten, ich hab Hunger Oh, Gott, oh, Gott, alles klar Aber ich werd mir auf jeden Fall ein riesiges Haus kaufen So, wir haben nicht allzu viel Zeit Vitamine, ich glaub, du hast die Bombe mitgenommen, oder? Ganz genau, ich hab die Bombe Warte mal, ähm, in der linken, in der rechten Hosentasche Oh, Gott, oh, Gott Vitamine, hast du die überhaupt mitgenommen? Nee, 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 in der hintere Arschtasche So, und Okay, da haben wir die Und Bombe Alles klar, Vitamine, Beeilung Sonst kommen noch die Polizisten Oh, nein, nein, du hast doch was von Recht Wir sollten uns beeilen Let's go, ich hab auch Vitamine, wollen wir durch den Hintereingang raus? Oder durch den Vordereingang raus? Äh, ich weiß nicht Welches ist besser? Hier ist die Polizei stehen geblieben Oh, 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 oh Die sind schon da, Vitamine Lass uns einfach durch den Hintereingang raus Oh, oh, ja, 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 let's go, schnell, schnell, schnell Ich bin, ich bin direkt hinter dir Oh, Gott, oh, Gott, Vitamine Wir müssen das Geld jetzt auf jeden Fall erstmal verstecken und verschwinden, okay? Aber wohin? Ich meine, wohin will wir eine Million Euro hinlegen? Ähm, ich hab einen Plan Lass uns zum Grab gehen Da können wir das Geld einfach hinlegen Okay, dann machen wir das So, einmal hier lang Und dann können wir das ganze Geld verstecken Und dann wieder aufsammeln, wenn wir das brauchen So, einmal reinwerfen Und zack, Vitamine Ripp, Geld Oh, das tut mir leid, dass ich dich hier verlass muss Mein liebes Geld Ich, ich liebe dich Aber Moment mal, Vitamine Wir holen das Geld doch später wieder Oh, ich dachte, wir lassen das hier Ach, Quatsch mit Soße Lass uns jetzt einfach verschwinden Damit die Bullen uns nicht bekommen Okay, let's go Lasst's abhauen Und Freunde Falls euch das Video gefallen hat Wie Vitamine und ich die Bank ausgeraubt haben Und wie ich dich erstmal als Baby gefunden habe Dann lasst jetzt auf jeden Fall Erstmal einen Daumen nach oben da Und vergesst natürlich nicht Den Kanal zu abonnieren Und die Glocke zu aktivieren Und schreibt noch einen Kommentar Was ich in Brokehaven alles noch machen soll Und dann werden wir das auf jeden Fall machen Und Freunde Ihr müsst unbedingt noch bei meinen Freunden Vitamine vorbeischauen Denn da gibt es auch Mega coole Minecraft Und Brokehaven Videos Also Freunde Schaut da unbedingt vorbei Und dann würde ich sagen Wir sehen uns morgen beim neuen Video wieder Ihr könnt jetzt die letzten zwei Videos abchecken Und Tschaui Tschüss Tschüss